so meine lieben freunde schön dass ihr da seid fast vergessen das mikrofon auszumachen ist jetzt in der gang 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 danke free elo und herzlich willkommen meine freunde schön dass ihr da seid und zwar heute ein ganz ganz wichtiges thema wir sind bei der playstation 5 verlosung ja der ein oder andere hat es mitgekriegt ihr hatte zwei wochen zeit bei dem gewinnspiel daran teilzunehmen wir haben die dritte playstation 5 in diesem jahr jetzt verlost oder verlosen sie jetzt gleich in den nächsten paar minuten werdet ihr nämlich wissen wer der gewinner ist es wird so ablaufen wir schalten gleich rüber werden das gewinnspiel sozusagen offiziell beenden wir haben damals am 9 oktober wenn mich nicht alles täuscht ganz kurz aufs datum gucken nicht dass ich quatsch erzähle am 9 oktober also genau vor 14 tagen haben wir das gewinnspiel kurz vor 22 uhr gestartet und werdet ihr auch gleich natürlich einer zeit noch mal sehen abgelaufene zeit und ab 21 uhr ab 21 uhr ungefähr haben wir das gewinnspiel dann halt beendet beziehungsweise konnte man bis 21 uhr noch gambeln tickets kaufen etc etc wie es natürlich mitgekriegt hat der ein oder andere war drinnen willkommen zum stream fukkan liebe geht raus und noch mal liebe an lisa die natürlich auch noch mal hier alle gegambelt haben und wie weiß ich nicht komplett übertrieben haben und fukkan ist sogar noch mal all in gegangen war ziemlich nice vorhin brudi ja schön dass ihr alle da seid freut mich auf jeden fall und ja wir wollen eigentlich langsam auslösen weil ich weiß nicht ob wir heute noch wainbo zocken wir wollen auf jeden fall hier in einzelne stream machen nur für das auflösen des gewinnspiels und danach vielleicht noch mal neun zum starten um wainbo zu zocken ich habe übrigens auch noch ein delay jetzt gerade drin also nicht verwirrt sein wenn ich nicht gleich auf den chat darauf eingehen kann weil wir nämlich den wainbo delay ganz normalen wainbo delay drin haben so dann schalten wir doch mal ganz kurz rüber meine freunde so und zwar wir haben 50 teilnehmer ihr seht auch schon hier paar leute haben noch mal richtig rein gegrindet haben sich hier 100 tickets gekauft sind mehrere leute die 100 tickets jetzt schon haben die eine gute chance haben das ding hier zu gewinnen wir haben 1806 tickets verkauft meine freunde 1806 der verkauf klingt immer so als ob ich dafür geld nehme aber es ist ja quatsch ist ja quatsch so 50 teilnehmer also zwischen 50 leuten wird sich jetzt entscheiden wer die playstation 5 gewonnen hat auf jeden fall okay wenn ich habe ja schon mal gesagt es gibt andere streamer die ja die haben halt weiß ich nicht du musst den tik tok instagram twitter du musst den überall folgen und denn den leuten folgen die sie markiert haben und dann alle den den folgen und dann also hört mir auf hört mir auf das finde ich eigentlich nicht cool mag ich nicht so eine gewinnspiele finde ich auch so ein bisschen schwierig weil du musst dann immer allen folgen und das macht für mich nicht so großen sinn es ist glaube ich immer nur um die leute zu pushen so meiner meinung nach um richtig hoch zu pushen und apropos pushen die leute die halt wirklich nur gefollert haben für den gewinnspiel die werden auch nicht genug punkte und tickets sich gekauft haben deswegen haben die eine geringere chance als die leute die mir schon länger follow hat und das geht ja natürlich an die community raus an euch willkommen zum stream digi schön dass du da bist und dass die leute auf jeden fall eine chance haben aus der community die playstation 5 zu gewinnen die mich halt unterstützen um der community was zurückzugeben die dritte playstation 5 wir kriegen leider keine mehr also für die leute die jetzt reich schreiben ey ja kommt die nächste verlose playstation 5 kriegen wir nicht mehr tut mir leider leid für alle leute die natürlich auch gerade suchen so dann wollen wir natürlich das gewinnspiel hier mal auflösen ja ich weiß wir sind kurz vor der zeit leute entspannt euch ist eh schon geschlossen von daher dachte ich mir wir lösen das jetzt auf und ich kann in den stream starten und waymo ein bisschen zocken so und dann geht's los würde ich sagen oder seid ihr alle ready seid ihr alle ready ich bin ready so giveaway ist vorbei hier giveaway schließen giveaway zurückerstatten ich kann es natürlich komplett ähm ähm allen leuten die punkte zurückgeben ist quatsch wir ziehen jetzt aber ein gewinner ja und es ist oh ich bin echt aufgeregt ich bin wirklich aufgeregt ooooh shit alter shit nice herzlichen glücklunch lisa von tell dass du die playstation 5 gewonnen hast ich hoffe du bist jetzt im stream schreib rein schreib rein und gratulation auf jeden fall es gab auch mehrere lisas die daran teilgenommen haben ähm am liebsten ähm hätte ich natürlich jeden von euch eine playstation 5 gegeben ist aber nicht möglich vielen vielen lieben dank dass ihr da teilgenommen habt und auch natürlich gepusht habt für die leute die hier mich unterstützt haben und wie folgt läuft das ab für dich lisa ähm es wird so sein ich schreib dich jetzt gleich auf äh twitch an direkt über twitch mit dem account mit dem du grad an dem gewinnspiel teilgenommen hast beziehungsweise gewonnen hast und dann hast du drei tage zeit mir zum antworten also ich hoffe du antwortest mir auf jeden fall und dann werden wir natürlich die ich sag mal kontaktdaten austauschen du wirst mir deine adresse geben und oder paketjob also wenn du jetzt nicht willst dass ich weiß wo du wohnst oder wie auch immer such den paketjob aus oder was auch immer wo ich die playstation 5 hinschicken kann und ganz ganz wichtig ganz ganz wichtig schreib mir bitte ob du aus berlin bist weil dann können wir nächste woche nämlich zu dir mal fahren ist natürlich schwierig ich muss mal 12 bis 21 Uhr arbeiten aber trotzdem wäre es trotzdem cool zu dir hinzufahren und dir die playstation irgendwie persönlich zu geben vielleicht vormittags ich weiß nicht ob du arbeiten musst ja schreib mir einfach bitte bist du aus berlin schreib mir die adresse beziehungsweise antworte einfach auf das was geschrieben ist falls es dazu kommen sollte ja falls es dazu kommen sollte weil ich jetzt noch nicht im chat ihren namen lese oder gelesen habe dass du nicht antwortest dann müssen wir einen zweiten gewinner ziehen beziehungsweise das gewinnspiel nochmal machen das werden wir aber dann wahrscheinlich ähm wir haben hier die liste wer wo wie viele punkte hat und dann werden wir dort einfach gucken ganz ganz klar dass wir da einen zweiten gewinner ziehen beziehungsweise den leuten die gleichen tickets geben und dann einfach nochmal das gewinnspiel nochmal machen weil wir das gewinnspiel jetzt damit dann halt hier schließen werden das war es auf jeden Fall von meiner seite aus ich hoffe euch hat es gefallen vielen lieben dank für alle die mitgemacht haben bleibt auf jeden Fall dran wir streamen wir jetzt nochmal Rainbow ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht falls irgendwer Bock hat Rainbow schreiben ja ja mal gucken mal gucken aber ich werde jetzt hier ja nicht so viel labern weil das Video wird auf jeden Fall YouTube hochgeladen wir werden nochmal auf Twitch ähm und auf Twitch, Twitter und Instagram werden wir es natürlich posten wer gewonnen hat ähm allerdings markieren ist halt schwierig weil natürlich über Twitch teilgenommen worden ist und meine Haare sind aber auch heute ah furchtbar ich war gerade nämlich duschen aber oh ich habe heute voll viel im Staub gearbeitet deswegen sind meine Haare irgendwie boah ich könnte alle abrasieren machen wir wie dieser Max Emre ey ich rasiere mir tausend Haare ab ähm bei drei Zuschauern gut meine Freunde das war es von mir Peace out und reingehauen herzlichen Glückwunsch Gratulation hier nochmal ich hoffe du freust dich und du wirst antworten und bist auf jeden Fall mit am Start ja also denkt dran Leute bleibt dran und äh vielleicht sehen wir uns gleich zu Rainbow ansonsten schreibt mir nochmal hier in den Live-Chat wie gesagt ein bisschen weniger jetzt auf den Live-Chat eingegangen ich hoffe das ist kein Problem geht ja heute natürlich auch wirklich nur um das Gewinnspiel und ähm ja Peace out und reingehauen meine Freunde bis zum nächsten Gewinnspiel merkt euch den 15.12. bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal